Hallo meine lieben Freizeitstrategien da draußen, herzlich willkommen zurück bei Total War War 2 mit Grom dem Fettsack. Wir versuchen mit unserem neuen Kollegen Argor hier, und das sind die Argornauten, tatsächlich jetzt hier König Ptolletor anzugreifen. Das könnte eine interessante Schlacht werden, aber ich denke es wird nicht unmöglich. Wir müssen nur rankommen irgendwie oder die Mauer aufbrechen und das werden wir sch- ach ne Quatsch, es ist ja sogar eine offene Feldschlacht. Dann wird es sogar deutlich machbarer. Wir sind sogar hier mit Lava-Spinnen-Reitern gesegnet, die höchstwahrscheinlich ziemlich effizient gegen dir sein dürften. Es ist auf jeden Fall eine 50-50 Schlacht laut Spiel. Und die meisten meiner Gobelons dürften sehr schnell an ihnen dran sein. Ich stelle sie auf jeden Fall mal so breit auf wie nur möglich. Ich habe eine Menge Einheiten, die dazu in der Lage sein dürften, ziemlich fiese Sachen anzustellen. So, und lehne dich hier die Trolle. Sind aus meiner Sicht die, die nachrücken müssen. Sogar er kann da hin, weil er halt ein Nightgoblin-Warboss ist, ne? Okay, Gefecht starten und sofort Pause. Denn der Feind steht direkt vor uns. Ich schiebe euch jetzt mal da hin. Und euch jetzt mal da hin. Meine Fernkämpfer, die... Okay, die Gobelons sind schon entdeckt. Das heißt, ich gehe auf jeden Fall schon mal jetzt hier direkt in den Nahkampf. Und das ist jetzt hier mein Plan. Mit dir gehe ich auch direkt vor. Euch rücke ich hart vor. Dir kann ich im Grunde eigentlich schon mal den Befehl geben, diesen König da mal zu belästigen. Und jetzt lassen wir mal vorsichtig mal langsam laufen. Und schauen, was passiert. So, im Grunde. Ja, wobei, wir können jetzt mal nochmal normal laufen lassen. So. Ja, ihr schießt da mal. Ihr schießt da mal. Und jetzt geht's los. Ah, so gut. Die kommen jetzt hier. Warte mal, ich mache sogar Pause. Weil alles andere mir hier irgendwie gerade eben zu bunt wird. Die Trolle. Ich auch noch da mit reinjagen. Sag mal. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt laufen. Oder? Ich habe die echt, glaube ich, vergessen, denen den Befehl zu geben. Oh, Mann. Das Leben ist hässlich. Er hat keinen besonderen Skill. Jetzt lasse ich mal langsam laufen. Ja, die greifen mich jetzt hier schon mal direkt an. Was natürlich mega ätzend ist. Ich warte jetzt hier auf meine Gelegenheit. Pause. Jetzt muss ich das hier natürlich so machen. Jetzt lasse ich nochmal langsam laufen. Okay, Pause. Der Kampf beginnt hier. Da schicke ich die jetzt rein. Ich schieße auf die Nekarassnischen Reiter. Und greift ihr an. Da folgt jemand herzlich willkommen. Die. Ja, da kann ich relativ wenig machen. Die haben mich halt mega effizient abgefangen. Mal kurz laufen lassen, bis sie jetzt hier mal Position bezogen haben. Okay, jetzt ihr eure Fanatics. Und ihr eure Fanatics. Und laufen lassen. Gehe jetzt einfach so nah ran wie möglich, damit ich die ganzen Fanatics hier einsetzen kann. Die erste Einheit von denen hat schon keinen Bock mehr, habe ich den Eindruck. So, habe ich noch irgendeine Einheit, die keine Fanatics rausgehauen hat. Ihr habt tatsächlich eine. Stopp. Die hier. Die haben ihre Fanatics noch nicht rausgelassen. Das endere ich jetzt an dieser Stelle hier. Ihr geht jetzt dahin. Du gehst dahin. Und du dahin. Damit ich meine Fanatics maximieren kann. Go, go, go. So, genau das wollten wir. Ihr schießt auf die da. Wir müssen näher ran. Sonst wird das hier nix. So, Fanatics. Und Fanatics. Pause. Ich muss mit denen jetzt halt echt hier ran. Das wird jetzt eng und knifflig. Wenn der nix da durchheizen. Und ich kann den Walls anmachen. Was jetzt auch absolut angebracht ist. Und angebracht, in anbetracht der Situation. Die Spinni-Reiter sollten hier mal wieder raus. Ja, wobei ich glaube, ich kann die sogar da jetzt noch durchheizen. Ist vielleicht sogar fast besser. Noch mal an denen hier Schaden zu machen. So, ach, jetzt stehen die da mittendrin. Wie ätzend ist das denn? Ja, also wir sehen, ne? Unsere Einheiten bleiben da hart angreifbar. Angreifbar. Die Bogenschützen sind rein. Also meine gesamten... Das ist halt echt krass, wie meine gesamten Nachtgoblin-Fanatics jetzt hier... Im Grunde fliehen müssen. Finde ich heftig. Gesamte Linie ist geflohen. Damit rechnest du ja auch nicht. So. Ja, du ziehst dich jetzt besser auch mal zurück, bevor sie in den Kragen geht. Okay, ihr habt jetzt hier euch wieder gesammelt. Das ist erbaulich. Aber es sieht nicht so aus, als ob ich das gewinnen würde. Krasse Scheiße. Ich meine, viel besser werden die ja leider nicht. Sehen wir mal ehrlich. Viel besser werden die Units von mir nicht mehr. Da ist schon alles drin, was geht. Im Grunde letzte Gelegenheit. König töten, ne? Das einzige, was man im Grunde noch realistisch machen kann. Die haben sich jetzt hier gesammelt. Die sich ebenfalls... Ihr habt euch auch gesammelt. Wir haben bald wieder Fanatics. Das ist wichtig. Oh, ja, 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 die Sensenreiter. Spinnenreiter. Hier wiederum. Ich wünschte mir ja, ich könnte diesen König hier irgendwie besiegen. Aber ich glaube, sie wird einfach nicht gut genug im Nahkampf sein. Und im Fernkampf ist es sowieso nicht. Okay. It's time. Ihr sammelt euch hier. Ihr fallt hier zurück. Noch ist der Kampf nicht vorbei. Ich wusste, warum ich den eher auf langsam spielen will. Das war mir durchaus klar, Freunde. Schießt diese Gruftwache tot. Ihr müsst diesen Nekarassischen Reiter stellen. Ihr stellt die da. Du haust jetzt deine Fanatics raus. Du haust jetzt ebenfalls deine Fanatics raus. Oh, die Ushab, die haben halt leider so geile Boni gegen Infanterie. Die Geister kriegen hier fast keinen Schaden, ey. Das ist echt krass. Die Dingens rennt hier schon weg. Ne, 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 das ist die Trolle. Ich wünschte, ich könnte die da halt irgendwie rausziehen, ne. Aber ich sehe halt nicht, wie das gehen soll. Die Trolle rennt jetzt hier auch weg. Dinge, die ich nicht gut finden muss, hoffe ich doch mal. Dann schiebe ich nochmal Trolle rein. So, du schießt hier nochmal. Die haben halt eigentlich keinen guten Bonus gegen Reiter. Ja, gegen Infanterie. Und trotzdem tun die mir ja gerade echt weh. So, was ist mit euch? Wenn ich diesen König halt mal töten könnte. Also, dass ich den Nahkampf mal raus. Den König töten ist halt hier absolut essentiell. So, die Sensenreiter haben jetzt hier richtig Schaden genommen. Das ist gut. Luftwachen hier ebenfalls. Ihr müsst jetzt auch wieder darüber. So, holt sich da rein. Keine Ahnung, wie viel Schaden die dadurch bekommen. Es scheint sehr überschaubar. Ja, ich hasse es. Ich hasse überschaubaren Schaden. So, die Trolle haben sie nochmal gesammelt. Können wir versuchen, gegen die Uschabti anzutreten. Schnappt die Uschabti. Ich schieße es noch auf diese Sensenreiter. Vielleicht kriegt die ja sogar nochmal los. So, ihr Charts da jetzt rein. Und was ist das da? Kann ja sein, dass es hier auch nochmal ein bisschen Schaden macht hier. Das sind jetzt schließlich auch einige Nähe-Karasnische Reiter und Gedöns. Der König tot. Ne, der König ist jetzt hier drin. Wie widerlich. Wie widerlich und ekelhaft. Ei, ei, ei. Die Trolle fliehen jetzt schon wieder halb. Boah, ey. Es ist echt krass, was hier abgeht. Also, es ist sehr viel anstrengender, als ihr es vielleicht vermutet. So, die sind jetzt tatsächlich her down gegangen. Jetzt kümmern wir uns um die da. Stück für Stück. Die rennt hier gerade eben leider immer noch weg. Was, was man über die leider nicht sagen kann. Die Trolle rennt jetzt ja auch schon wieder weg. Jetzt rennt die ja schon wieder weg. Die Nekropolritter, ey. Es sind echt schlimm. Ja, aber auch ein verdammt gutes Profil, wenn wir mal ehrlich sind. Diesen Stark gegen alles. Rüstungsdurchdringend. Hauptsächlich Giftschaden. Nahkampfangriff. Nahkampfabwehr. Beides über 50. Top Einheit. Einfach nur Top Einheit. So, nur noch den Schaden hier nochmal ein bisschen zu optimieren. Ist aber schwierig bei der hohen Rüstung. Ist halt sehr einschränkend, wenn man selber nicht rüstungsbrechend ist. Ja, ich glaube, es kommt mein Army los. Wie es aussieht. Ja, das ist der Army los. Holy shit. Hätte ich nicht erwartet, Freunde. Das Spiel drückt mir jetzt hier also eine mannhafte Niederlage rein. Aber ihr seht, was das Problem ist, ne? Die Ushabdi und Co. haben halt echt zugezimmert. Die haben echt zugelangt. Dabei hat der General eigentlich schon eine ganze Menge Boni. Aber mir fehlen halt auch noch ein paar andere Dinge. Wow. Wir ziehen uns nochmal zurück. Er hat immerhin Level-Ups gemacht. Aber ja. Also ich habe eigentlich schon eine ganze Menge Boni, ne? Sie reichen aber nicht. Großer Höhlen-Squick. Den habe ich aber irgendwie nicht gesehen bei ihm. Ja gut, er sitzt schon irgendwie drauf, ne? Aber man hat es nicht wirklich gemerkt. Okay, äh... Dann müssen wir mal weiterschauen. Wie wir mit der Situation jetzt umgehen wollen. Mache ich mit ihm jetzt hier noch. Ja, er hat immer noch eine Aufgabe. Okay, Turnbanden. Habe ich tatsächlich mal auf die Fresse gekriegt, ey. Habe ich tatsächlich den Effekt der Chemris irgendwie unterschätzt? Ja, also die haben ja einen Haufen Billow-Einheiten. Aber in der Armee, in der er da gerade eben ist, hat er schon ziemlich taffes Zeug. Also das ist eher so seine Elite-Armee, habe ich so das Gefühl. Obwohl es Arkan nicht selbst ist. Also wenn sie das jetzt gewinnen wollen, also das fände ich jetzt schon arg lächerlich. Wenn das jetzt hinhaut. Wir haben jetzt hier nur wenig schnelle Einheiten. Ich werde mich jetzt sehr weit hinten aufstellen. Ja, jetzt haben wir auch definitiv nochmal eine 50-50-Situation. Stell dir die Gobbo sogar noch da vorne hin. Euch da hin. Wenn wir nochmal das mit dem großen Höhlen-Squick anschauen. Also an und für sich ist der schon ziemlich stark, ne. Der ist halt gegen Infanterie. Hatten wir halt in dem Kampf nicht so viel gebracht. Physische Resistenz 10% blablabla. Okay. Und zurück. Machen wir mal die Plänkel-Nummer hier. Lasst euch bitte nicht erwischen. Wobei die verdammt schnell sind. Aber wir rennen trotzdem einfach weiter. Laufen, laufen, laufen. So, so bekommen wir nämlich dann auch die Nekropolritter vielleicht sogar tot. Mhm. Greif es mit den Nekropolritter damit an. Mit den Trollen. Und jetzt gehe ich mit der Infanterie halt mit... Also ich will mit euch. Ach komm, Spiel. Darf ich jetzt vielleicht mal das anwählen? Ich will die ganze Zeit die mit Alt hinten bewegen. Aber es geht nicht. Hallo? Warum? Dann halt so, meine Güte. Ja, bei denen geht's. Den anderen ging's nicht. Hä? Kann mir das einer erklären? Ich möchte gerne wissen, was da gerade passiert ist. Ich finde es weird. Okay, Geschwindigkeit reduzieren. Ihr schießt weiterhin jetzt auf die da. So, ihr geht jetzt hier einfach vor. Ach, jetzt kann ich sie wieder so bewegen. Es ist manchmal äußerst schräg, was in diesem Spiel passiert. So, da schicke ich jetzt die Dingens durch. Du gehst da noch mit dazu. Kannst auch ein paar durchschicken. Die sind bloß nicht ganz so effizient gegen diese Art von Einheit, hab ich so das Gefühl. Du greifst hier mit an. Greifen die Trolle da noch mit an. Naja, lass sie da ruhig da hinten rumdödeln. Ich komme da wieder zurück jetzt hier mit meinem Jen. Ich gehst auf die Flanke. Hier geht auf die Flanke. Ganz einfaches Prinzip. Ey, wie die da halt einfach jetzt rein YOLO, ne? Echt frech. Die gehen halt dabei halt einfach mal voll drauf, ne? Minus 53 Moral. Muss ich halt auch erstmal aufbauen, äh, abbauen, äh, wie auch immer. Ja, ich wollte den Jen eigentlich schon seit Ewigkeiten raus, aber der stirbt halt jetzt lieber, ne? 42 Trefferpunkte. Ja, er ist down. Ist ja nicht so, dass ich nicht schon seit Ewigkeiten gesagt habe, ey Junge, sieh zu, dass du da rauskommst. Ist ja ätzend. Also ich habe den Eindruck, dass Nachtgoblin-Warbosse scheiße sind. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber es wirkt so. Es wirkt so. So, Attacke. Feuer frei. Attacke hier. Hier geht es hier in den Rücken. So, jetzt möchte ich jetzt hier mal ein bisschen Schaden sehen. Und wieder raus. Wieder langsamer werden. Da kommt wieder der König übrigens an. Was ich jetzt an den mitgeben will. Auch kotzend. Vielleicht kriege ich den ja sogar. So, jetzt hat der es fast schon hinter sich hier, der Gruftkönig. Noch ist er da. Die Frage ist, wie lange noch. Äh, Tacke. Äh, Tacke. Geht es auf Nummer sicher. So, Gruftkönig ist gefallen. Es müsste eigentlich die feindliche Armee von denen relativ schnell zusammenfalten. Mit ein bisschen Glück zumindest. Oh. Die bleiben da einfach stehen und lasse ich beschießen. Schön. Schön, dass ihr untätig seid. Jetzt kümmern wir uns um die da hier. Irgendwann würde ich auch jetzt hier einfach mal drauf gehen. Einfach Politi YOLO. Alles drauf. Nahkampf. Phenetics. Völlig egal. So. Und jetzt können wir dasselbe mit denen da machen. Die sind mich jetzt auch hier gerade eben zusammengefallen. Und die jetzt ebenfalls. Geschafft. Also ich werde auf jeden Fall jetzt hier einen anderen General nehmen. Also ganz im Ernst ein Nachtgoblin Warboss scheint es einfach nicht zu sein. Also ich kann mir jetzt natürlich nochmal die Werte angucken. Aber der Argor war kein guter Argornaut. Definitiv nicht. Das war eher unterirdisch was der Junge abgeliefert hat. So. Wir warten bis wir noch dran sind. Und dann gucken wir mal ganz ganz kurz durch was wir den ersetzen. Beziehungsweise. Ich will mir die jetzt hier gerade eben am Ende der Folge nochmal ganz kurz angucken. Also die empfehlen mir jetzt hier natürlich solche Typen. Aber ich finde die scheiße. Wir können jetzt auf Level 20 direkt gehen. Was ich sehr gut finde. Ich möchte jetzt erstmal gucken. Was haben die denn für ein Profil? Der hier. Cool. Dass ihr mir nicht zeigt was die so können. Da. Jetzt endlich. Nahkampfangriff. Nahkampfabwehr. Das ist eigentlich ein sehr ausgeglichenes Profil. Eigentlich. Aber es scheint sich aus meiner Sicht nicht zu lohnen. Also der ist auf jeden Fall pilzsüchtig. Unterhalt reduziert für Nachtgoblin Einheiten. Was cool ist. Der ist listig. Der hier ist scharfsinnig. Nachguck. Der hier ist entschlossen. Der hier ist zuversichtlich. Ich nehme den da. Wir nehmen lieber einen Schamanen. Den packen wir gleich auf eine erachener Rockspinne. Wisst ihr. Und dann Goblinflut. Das ist da. 1, 2, 3. Passt schon. Und da großen Jungs kann ich theoretisch auch noch machen. Dass sie auch noch mal ein bisschen besser sind. 1, 2, 3. Marschierer. Fiese Stiche. Dreistes Klauen. Quälendes Jucken. Das ist halt einfach sehr viel effizienter. So. Sehr viel effizienter. Also. Der sitzt jetzt halt hier auf einer Riesenspinne. Und sein Profil ist halt auch nicht schlecht dadurch. Vor allem hat er so viel mehr Hitpoints. Nachtgoblins halt. Will ich hier mehr Trefferpunkte geben? Nein. Die Seelenfreude will ich auf jeden Fall machen. Also gut. Ihr regeneriert jetzt erstmal hier ganz, ganz vorsichtig in dem Laden. Gut. Ich hatte ihnen auch noch keinen Schrott gegeben. Das kann natürlich einen Unterschied machen. ne. Also. Dass sie halt länger kämpfen. Aber ich glaube, dass der rüstungsdurchdringende Schaden, solange sie kämpfen, wahrscheinlich mehr wert ist. Davon gehe ich momentan einfach mal aus. So. Zumindest denen, ne. Das ist ja schon mal ein Anfang. Okay. Was machen wir mit dir? Einheiten nochmal hinzufügen. Warte mal. Äh. Das sind die... Acht Gipfel Viecher. Und das sind die normalen Gobbos. Die hau ich jetzt raus. 1, 2 und 3. Genau. Die muss ich jetzt hier wieder reinholen. Und jetzt bin ich halt echt so weit, Leute. Dass ich halt echt sage, 1, 2, 3. Warum sollte ich noch normale Goblins hier unterhalten? Wenn ich die da nehmen kann. Ist halt einfach so, ne. Das lohnt sich einfach nicht mehr, die zu halten, obwohl die schon verbessert worden sind. Da haben wir auch noch diesen rüstungsdurchdringenden Geschossschaden, den ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so mega krass wichtig finde. Aber alles andere gibt es in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.